Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was sind das für ein Fleisch? Sieht aus wie ein Hamburger, aber schmeckt ganz anders. Das sind Tofu-Hürsel-Burger. Von welchem Tier kommen die? Wir essen keine Leichen. Was sind das für ein Fleisch? Was sind das für ein Fleisch? Was sind das für ein Fleisch?